Hallo und herzlich willkommen zu einem Info-Video von Clark Gorg und Co. Und zwar geht es darum, warum wir keine Videos mehr aufladen. Mein PC ist kaputt gegangen. Aha! Ja, äh... Wir setzen jetzt eine neue Aufsätze und das bedeutet zwei ganze Folgen. Das heisst, umgeschrieben, gerechnet so 40... 42 Minuten von unserem wunderschönen Let's Play, müssen wir euch jetzt nicht mehr nachmachen. Ja. Dafür kommen sie jetzt ein bisschen voraus, wir haben in diesen zwei Folgen eh nicht so wichtig gemacht, aber ich merke gerade, das heisst gar keine Musik im Hintergrund. Ich mache wahrscheinlich... Aaaaaaaaaaaaaaah. Das ist feil. Ok? Nein... Ohne Musik, machen wir es ohne Musik. Okay, ähm... Ja, solange Gino, äh, sein PC noch nicht da ist, oder bla 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 bla... Ähm... Hat Textfragger Sache, ich will... M er wird einfach ein PC Videos aufnehmen und auf der Kanal draufladen Prozent und da einfach an der Ferne Prozent also Hanger Games Nein mit Hanger Survival Games M Walsh Beast Mode Arena Brawl die Träger wird in der Warte bei der Bräule er hat er in der Bräule oder so Brailll! Kommt, nehmen wir jetzt die Arrena, Braillell! Also das heisst, umgerechnet auf Deutsch, äh... Man kann ja rechnen? Nein, umgerechnet... Du kannst rechnen?! Jo, ich glaub schon. Jo, einfach, äh... Videos maxi-aufnehmen, bis mein PC toll ist. Ich, ich kriege wieder einen neuen PC! die 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 okay Prozent ich kann halt andere Videos auf ein bisschen stehen und verladen sich immer was man möchte die Woche noch besser kommt Tschüss! Tschüss!